ja, ja, willkommen zu einer gelassenen Runde Kaisermarik Nein verdammt, wir werden jetzt richtig Action machen! So, wir werden auch gleich loslegen Ich weiß gar nicht mehr wie die Steuerung ging, aber das ist egal Denn wir spielen weiter auf diesen Kacklevel So, und wie es geht, los, los, wenn wir sind so Pro Denn wir kommen hier jetzt rein Und das heißt für uns, wir sind ein kleines Schwein Und wir springen da ra... Nein, 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 nein Das Level nicht Ich sollte vielleicht vorher safen Wäre doch eigentlich mal ne ganz nette Idee Echt, Makapelle, wann kommst du denn nicht drauf? Safe doch vorher, du Fotze Entschuldigung, eigentlich sagt man sowas nicht Sowas schreibt man erst recht nicht in den Kommentaren, du Eumel Alles klar Ja Was ich zu dämlich bin zum Kacken, Alter Was ich zu dämlich bin zum... Lalalala Ach, der entspringt da raus Ah! Ha! 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 Kann doch nicht so... Ha! Okay, es kann eigentlich nicht schwer sein Ah! Ha! 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 Ich sollte mich wieder beruhigen etwas Und da runter kommen! Ha! 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 Fünf Jahre später Ja! Ha! 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 hab ich da jetzt nix gemacht. Das war so richtig so Brain-Afgar. Aber 100% Brain-Afgar. Das war eben... UUPS! Yeah, ich hab's drauf... Ja, 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 ja. Ja, la, 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 la! Ich kann keinen... Ich kann keinen... Ich kann keinen... Ich kann keinen... Ah! Ah! Warum? Warum? Warum Mario? Warum kommst du bei Aldi ein? Ah! Da! Wer auf! Okay, nochmal. Neuer Safe, bitte. Dankeschön. Fick dich Pflanze! Oder was auch immer du darstellst. Ah! Zu hoch! Ah! Zu viel! Ah! Zu hoch! Ah! 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 Warum hab ich das Spiel überhaupt ausgesucht? What the fuck? Nein! Ich war da drauf! Das macht Spaß! Ein... Das ist Spielspaß für die ganze Familie! Blablabla! Blablabla! Jawoll, Bros! Was geht ab? Okay, wir speichern mal ab! Wir speichern... Voll... Ah! Wir speichern mal ab! Wir speichern doch da! Ah! Wir speichern doch da! Wir speichern doch da! Ihr schizophren-Delfine! Ihr grasrauchenden Hippies! Ah! 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 Oh! Ey, Jesus Christus, ne Leute? Ey, wenn ich hier den falschen Safe setze, dann nehm ich mir den... Verdammt! 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 Warum? Verdammt! Der Scheiße! Mach die Ironie noch! Jetzt reicht's mir! Jetzt! Lauf! Kann ja wohl! Warum nicht? Nein! Jetzt hab ich nochmal die Schweine... Nein Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Spaß Kaizo Mario macht! Alle Fan... Alle Fan... Alle Fans der Unterhaltung! Verdammt! Spinning ahead! Spinning! 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 Fick dich doch du scheiß Delfin! Du bist ein schizophrenes Tier, denn du springst umher! Und ich spring da gegen die Wand! Das macht mich so depressiv! Ich bin jetzt voll krank! Ich muss zum Arzt! Der sagt mir, ich brauch Schizophrenia! Ich laber Müll! Und das ist doch ganz gut so! Weil bei dem Spiel braucht man das! Und ich lauf hier gegen die Wand! Und spring nochmal auf den Delfin! Und muss nochmal laden! Weil ich wieder runterspringe! Und das ist doch nicht so schwer! Und ich drück schon wieder den Knopf! Und das ist doch nicht so schwer! Ich muss mal wieder öfters mal safe drücken! Aber das ist doch kein Problem! Und blablablabla! Fick dich du kleine Pflanze! Denn du wurdest damit ab sich hin gebaut! Denn das ist doch so viel viel Spaß! Und ich versuche jetzt! Jaaaa! Wat? Eine Stunde bitte! Bei ruhiger, empathischer Musik! Lalalala! Alles ist so schön! Der Schlipper riecht! Aber das macht nix! Denn das kommt mal vor! Bei... Nicht waschen von Späh! Und wir springen jetzt hier rüber! Und machen safe! Und sind froh! Dass die Audio-File weiter geht! Denn das ist mal was Neues! Und das klingt doch viel fröhlicher als der Anfang! Ah, 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 ah! Ah Leute ey, man wird echt... Man wird aber auch... Man wird aber auch echt... Depressiv ohne Witz! Man wird aber... Man wird... Man... Ah! Ahaha! Fang auf! Ah, 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 ah! Ich krieg hier noch n' Föne ey! Ah, 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 ah! Braufist! So, wir speichern mal wieder... Oh, drüber! Lalalalalala! Lalalalalala! Blalalalalalalala! Blalalalalalalala! Und so, speichern! Diesmal mach ich nicht mehr meinen Fehler! Gott der Fuck! Äh! 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 Oh! Ha, ha, ha! Speichern! Ha, ha, ha! Oh! Ist ein Witz, oder? Lalalalalala! Ich spring einfach rü- Ich spring einfach nicht rüber! Ah! Verdammt! Pflanze! Was ste- Ah! Rasiermesser! Scharfes! Etwas! Hör doch auf damit! Ha, 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 ha! Jetzt wird's einfach bros! Ihr werdet sehen! Nein! Das ist total! Das ist total! 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 Easy! Wie ihr merkt! Das ist total einfach! Und hier kommt man auch... Ha, ha, ha! Ha, ha! Ja, ne, ist klar bros! Ah! Und... Ah! Warum hüpfe ich? Ah! Zu früh! Nein! Doch! Ah! Pflanze! Ah! Hüpfen! Ah! Zu spät! Zu schnell! Zu langsam! Ah! Ah! Zu hoch! Ah! Das ist aber auch schwierig! Verdammt! Ah! Ah! Der kackt schon beim zweiten Level ab! Er soll ja mal beim letzten! Ah! Ah! Da! Ich schaff das! Ich kann das! Das ist nur einfach eine Sache der... Uuuups! Ihr hatt's ja doch geschafft! Hey! Ja! Das hab ich wohl! Ah! Wie soll ich denn da rauf? Einfach so! Ah! Einfach so! Einfach! 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 Na! Ah! Z! Ich soll da einfach rauf! Das ist doch gar kein Problem, denn die Chizophrin... Ich geh hier noch kaputt, tut mir das... Okay, ich werd da vorne auf jeden Fall einen Safe-Stat setzen. Genau hier. So, ihr dämlichen Delfine, ihr seid doch meine Frau... So, ihr dämlichen Delfi... So, ihr dämlichen Pflanzen... So, ihr dämlichen Pflanzen, ihr seid doch... Du dreckst Delfin! Hör doch auf, mit deinem Schwanz rumzuwedeln, ey, das ist eklisch! Entschuldigung, dass ich widerstrah... Ich lass den jetzt erst vorbeischwimmen. Ja, ja, so. Haha! Oh, Mann, ey, wie viel Tode weg der noch fahren. Haha! Ah! Ja, ey, das ist doch lieber! Lalalalalala! Ey, man darf auch nicht drüber, drunter, drauf... Hahaha! Lass mich mal... Hahaha! Ah! Mann, nein! Warum, Luigi? Du mir das an den Ahren als deine Freund! Da! Okay. Das ist total einfach, Christian. Du musst einfach nur den richtigen Punkt finden! Haha! Wer sind die denn? Hallo? Komm mal klar im Leben! Krass! Ich spring da jetzt nicht rauf, ich warte bis da... Was ist denn los? Was ist denn los? Hä? 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 Hahaha! Ah! Mama! Aha! Ja, wenn da keiner kommt, dann kommt da keiner! Ja! Ja, wieso auch alle? Ach ja! Wir kämpfen mit Detlef zusammen, ist in Ordnung! Hahaha! Angef... Schmiert! Weißt du, dass du ein dummer Delfin bist? Weißt du, dass du ein richtig scheiß Delfin bist? Der nix auf den ganzen Rand! Haha! Ja, ne, ist klar! Wie soll ich denn das bitte machen? Ich kann doch nicht... Äh, ganz im Ernst, da kriegt doch man... Ah! Ah! Das war sogar richtig! Warte! Nein! Ah! Ah! Ey, Hammer! Okay, irgendwas mache ich... Falsch. Irgendwas mache ich gerade. Dicke Falsch. Vorher zerklappt jetzt nicht mehr, oder was? Ist los! Quater Mal! Nein! Warum drücke ich denn auf Space Mother? Nein! Ah! Oh, Leute! Es geht mir auf Gags, dass ich die Medien feiere jetzt schon zum 5. Mai! Oder 5. Mai, vor allem, das ist noch... Warum drücke ich Space? Warum ist die Hand da angewachsen? Angewachsen vor allem. Ah! Ja, Motherfucker! Ah! Kaputter Leble, Alter! Ah! Warum ist der so schnell? Ja, warum ist die Decke so niedrig? Ich... Mach mal halt. Hallo! 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 Ah! Ja! Nee, ist klar! Ah! Ah! Mach Gas! Voll, mach Gas! Ah! Motherfucker! Das ist doch unkontrolliert! Hört auf mit sowas! Ah! Ah! Wer ist er denn? Ah! Paul! Ich hab's gewusst! Paul! Mit der Laterne! Ah! Ey, ganz im Ernst, Bros! Sowas ist so unnötig für ein Level! Ja! Warum müssen die Delfine auch... Warum muss ein... Warum muss ich das... Ah! Ah! Na, Bros! So sieht's aus! Was ist los? Hallo, du Dreckslampenmeister, Alter! Was ist los? Was hast du? Nur weil ich meine Taschenlampe bei Amnesia benutzt hab, oder was? Was ist los? Quoto Motto! Ich will das Level jetzt hier noch schaffen, Alter! Das geht mir jetzt gar nicht klar! Ah! Ah! Ja, was ist los? Warum springst du, Mario? Warum? Warum? Ich hab dir gesagt, du bist ein ganz Atze... Atzen... Atzen, Bro! Aber wenn du so machst, dann ist nicht mehr Atze! Kannst du vergessen! Hau ab! Hau ab! Laternen, Mann! Hau ab! Ich krieg ja noch einen Vorweg! Ecipr Cas Sack aus! Ich hab n' Sie gekauft! Najaar! Naaaaama- Mua! Ah kasih Alty Luxor... schon ein bisschen grenzt an Rassismus. Vorher werdet ihr immer die Leute sehen, die das in einen Try schaffen? Ganz im Ernst! Fickt! Doch, eure Freundin. Oder so. Ja? Nicht, dass mich das aufregen würde, oder so. Nein, um Gottes Willen. Hallo, nehmt mich bitte mit. Dankeschön. Ach so. So spielen wir. Verstehe. Ahaha, ausgetrickst. So haben wir nicht gespielt, so haben wir nicht gewettet. Okay, Bros, ähm, ähm, ich hoffe... Ich hoffe, dass es so was hier gleich noch wird, hier so. Eia, was ist denn mit... Ah, ficken, macht Spaß. Aber auch nur, wenn der Partner mit... Ah, verdammt! Verdammt! Es ist eine verdammt große Hürde, dieses Level zu meistern. Doch für Capella ist es nicht so schwer. Ahaha, ist es nicht so schwer, denn was ist schon für Capella zu schwer? Oder für alle Gamer-Session-Fans? Das ist doch verdammt einfach! Äh, Leute, Alter, ich krieg grad so ne demotivierende Laune, Alter. Das ist der Burner! Warum macht ihr das denn nicht noch schwieriger? Vielleicht noch ein Propeller oder so ein Endboss, so Godzilla, der hinter mir herrennt und mir dann noch so Eier gegen den Kopf wirft, oder... Oder ich weiß es doch nicht! Macht's doch noch ein bisschen sympathischer, das Spiel! Okay, 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 okay. Vielleicht sollte ich hier safen. Ja, hab ich. Haha! Haha! Aha! Ja, damit ich wieder meine Tode farben kann und ihr wisst nicht, was das für ne Scheiß-Arbeit ist. Ah, ficken! Ja, warum denn, Mr. Laterne? Du musst doch ein bisschen flexibel sein! Ey, ganz im Ernst, wir hatten dieses... Ding erfunden! Wir hatten dieses Ding... Ah! Nein, ich war im Ziel! Nein! Ich weiß nicht, was ich hier gerade ausnutze für nen Bug, aber... Ey, ganz im Ernst! Was ist das hier hinten? Seht ihr das? Ich mach nix! Ich spring aber in der Luft rum! Hahaha! Fick dich doch! Ja, das war's nicht. Das ist Oberloll. Das ist mehr als Oberloll. Äh, ganz im Ernst, bis ich das mal gebacken bekomme, ist Weihnachten und Silvester zusammen. Ja, warum kommst du denn noch näher? Ich will nicht kuscheln! Wie oft denn noch, verdammt! Ey, das ist so ein Schrott, ganz im Ernst, ey. Ich hab jetzt mehrmals gesaved. Nein! Nein! Ey, was Mr. Laterne auch ideal so denkt. Er könnte so machen, einfach. Haha! Höh! Ey, ganz im Ernst, wie soll ich denn da in diese verkackte Röhre reinkommen? Ich war noch... Ich brauch da noch Antidepressiva, ich brauch da noch... Okay, alles ist cool. Das ist nur ein Spiel, Bro. Das ist nur ein Spiel, Bro! Oh, verdammt! Dude! Mr. Laterne, was tust du denn? Ich hab doch eine Laterne zu Hause! Ja, ich hab dich doch auch geliebt! Ah! Ey, ich habe Hunger gefahren! Ja, 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 ja! Haha! Nein! Nein, ich war noch gespinning, ey! Äh! Äh! Ja! Ja! Ja, ff! Was geht ab, Mann? Na, 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 na. Wir haben noch 264 Sekunden! Ja, wir sind so toll und wir speichern hier mal... Ja, hallo! Willst du mir auch mal sagen? Willst du mir auch mal sagen? Willst du mir auch mal sagen, wann ich hier springen soll, du... Klauselphobie? Ah... La, la, la! Oh Jesus Christus, ich war noch nie happy ein Level geschafft zu haben. Wie soll es dann erst der nächsten Part werden? Der ist unsichtbar. Sieht ihr den? Den kleinen Krabauter Mann da?